hallo und herzlich willkommen meine damen und herren hier am dritten august jahre 2013 in den mb2 battles mit dabei der mark der mario der dominik und die teams sind kinder sind dominik mit dem politischen hier gegen mario ist der mario 2d und mag ihr die ma uhr ist ja nicht mehr nehmen um die musik hier sind strahsche ist ich bin solche kippen schlicht der kippen und war Was? Was hast du mit? Kannst du mal laut sagen, lauter? Habt ihr es richtig verstanden? Ich rieche Akimbo. 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 Aber unscheiß, hier ist Akimbo. Ja, ich habe Akimbo. Volles Rohr. Akimbo! Let's get ready to rumbo! Oh! Pfff! 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 Siehst du meine Popo in der Hand halten? Abkomm ich mit Flutz oder Lauf. Pfff! 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 Pff! 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 bis zum 1 nicht du es nicht und erkennt die nächste dazu machen dritte schiller schlug und zu tun Wie er campt. 2 A ist er. Den kannst du mal belegen. Gut gemacht! Mach mal jetzt bitte ernst. Guck dir das mal an! Hä? Essensfertig. Ey Dominik, mach mal an. Richtig. Dominik, jetzt mach keinen Sessmus. Noch nicht mich töten. Suizid. In 3, 2, 1. Aufklärungsdrohne online. Leg deine Mama in den Po. Ja das geht. Du bist als einziger übrig. Schalala. Wagt's ja nicht. Er läuft so Adi Bunker glaube ich. Ey, auch rein. Ich hab kein Bock mehr. Habt ihr schon alle gedacht, ne ihr Hoden? Wir machen über 6 bis 8 und was weiß schon, oder? Der ist um auf dem Berg. sauberes Ding. Er ist übrigens nach rechtsabgewonnen. Da ist er wieder. Da! Hinter dir! Nein, Spaß! Ich hab' das nicht gewonnen! Das ist ein, koppers zu stein! Ist das denn, das ist ein Stein! Wir sitzen stein! Hehehe! Hehehe! Ah na mal! die in den Nürnberg in den Schmuck und die Kinder in den Himmel die Portfolio sind die jetzt die das war französisch die Städte ist nicht so schnell eingekommen der ist ganz flexibel auf die Arbeiten er hat er er noch er hat sich in den Boden wo er die Welt umzuschließen diese Richtung wenn er in den Fußschuss mit dem Sänger von das Ziel da kommt drauf an in welcher Richtung er fällt also das Minus 50 Punkte woher aber auch direkt im Bereich gespüßt wird die wer schon in der Seen ernein ich bin gerade auf Facebook gewesen aber wenn du zu mir sprichst dann sehen die was das ach ne wo 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 erst bei mir erst bei mir hier das bricht der Blackstar hier und so und auf dem Berg er hat uns zu tun für die nächste Runde über einen noch getroffen hat er auch noch das war der geiles Ding so zu anfang macht so eine sämtlichste dann zu kriegen wo ich nicht getroffen was meinst mit wie vielen Runden ja wie viele Runden immer auf sechs bis acht habe ich dir vorher gesagt das ist jetzt gerade die zweite streng dich an deine Mama schlutscht meine Eier jetzt gilt's wir alle zählen auf dich schlutscht meine Eier F*** DICH der ist auch mit dem Bunkeran die ist wirklich so gut haben die nicht auf die sie gut F*** diesmal du bist nicht du wenn Marc du bist so ein Noob machen ja also er hat mich drauf du wärst so was für mich die achten hättest Er hat sie aber! Er hat sie aber! Mark, wenn man 6-0 ist, will ich über eine andere Waffe nehmen. Ich übernehme auch eine andere Waffe nehmen, sonst würde ich Noob bleiben. Ich hab doch, ich hab doch meine, ich hab doch 1M4 eigentlich. Oh, den hab ich überheben. Oh, Mark, ich hab das angewendet, Alter, ich hab mich dick fett hingelegt und so, ne? LOL! Boom, boom! Ich hab dich gewaschen, ey, du! Das hab ich jetzt nicht gerechnet! Bereit machen für die nächste Woche! Oh, da ist einer! Schlitz! Leute, wenn wir was sind, bin ich hin zu mir! Ich brauchst erstmal zwei Brückkasten-Schlitz, du! Was? Komm sehr lang! Was ich aus dem Gewicht habe! Boah! Hu-hoo! Wo-hoo! Woo-hoo-hoo-hoo! Ach, Lena! Ich hab uns ja gut auf dem Fresse gekommen, du greicht! Zwan, tham, d crow dere! Wuh! Ich hab den... das war ganz wenig, man. Mach, wo ich im Bunker hier, die Klimo erwartet dich schon! Du hast doch noch einen Predator! Krachen! Da kaputt! Das ist ein Dominik, dein Aim, wa? Das Fass, schieß aufs Fass! Ihr habt die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei! Macht nicht! Wir werden... Jetzt bist der Aim! Der hat sogar das Fass eingeschossen! Ich hoffe, das können wir lesen, ja? Ja, ich weiss, das ist ja eke für die Zuschauer! Das soll das stehen denn? Danke, da! Die Vorräte sind unterwegs! Ich mag Blumen! Aufklärungsdrohne online! Du magst keine Blumen! Wir sind bereit! Oh, feines Ding! Wow! Jetzt zählt's! Trink die Mission zu Ende! Irgendwo... Oh Mann! Ich wollt Messern! Ich steh das doch nicht! Wer... Wer... Ohne Scheiße! Du hast echt kein anderer Waffenknast sein! Doch! Jede Krieg, die du hast, ist immer mit geachteten Akimbo! Nein! Hotel! Und Ranger! Seitenwechsel! Oh! Akimbo-Noob! Er hat sogar selbstbestätigt sie jetzt! Suchen und zerstören! Ich will jetzt mal ne vorgebende Klasse! Hey, was willst du mit dem Ding? Das ist ne vorgebende Klasse! Hey, da kommen wir mal aus! Ja! Ich bin mit geachten! Marco Otori! Ich hab gerade... Ich hab auch schon mal nicht angegriffen! Ohne Scheiße! Oh! Es leckt ein bisschen! Oh! Go on the right side! of your life... ...Or so! Mag immer flenden Hohohoho Hohohoho Als die vorgegangen sind dann so Schlaaah Geil! Wie soll das schon gerne Claimor hin? Weißt du was? Fickt euch jetzt hier Das war ja Welche Planen? Also Müssen wir so damit Der ist ja auch schon wieder weg gewesen Ja ganz gut Glaub ich Weil er einfach jetzt nicht geleckt ALTER Jetzt kommt er mit Du bist auf dich alleine Stell hin, stell da oben hin Nein mach das nicht, da ist er doch Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei Noob Mach hier aus dem Just a Pink Hä? Ab Ja hat er Er versucht mich damit zu So dass eigentlich echt immer drauf achten ist Entschuldigung, ich war gebrochen Ich drück dann nichts, wird automatisch Ja, es passiert schon mal Musst trotzdem besser drauf achten Hey wer schmeißt von euch die ganze Zeit die Ohhhh Also wieder mit G18 Ernst Geh mal vor, zurück, vor, zurück Ohhhh Geh mal ganz kurz Geh mal ganz kurz von der Tastatur und im Maus weg Guck mir mal so nicht, aber irgendwie Nee, ich meine einfach so Die sind zwei hier noch Ja, Keyboard Das geht ja mal gar nicht, ey Seitenwechsel Dann geht kurz Suchen und zerstören Wir haben die Bombe Geh mal weg Magdach 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 Wenn wir, ähm, tubes benutzen und so dann benutzt er G18 Was meinst du, warum wir tubes benutzen? Boooooooooooooh Das wird noch nicht vorbei Ja Nutschot 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 Nein, da okay das Das Ziel zerstören No, was, was, was Bonda Ja Max, was wissend? Geh auf, now, now, now! Geh auf, now, now! genereller Kimo Noob Genereller Kimo Noob Du nimmst immer die Ranger Also auch nicht viel anders Nur ich spiel eigentlich weil ihr das nicht wollt Ich spiel eigentlich jetzt noch znapper Alter diese Legs ne das geht ja mal gar nicht Ich hab dich die ganze Zeit gemessert Bring die Mission zu Ende Hä Die Bombe wurde graziert Klingt ja auch nicht ergeben Also ich kann das denn ausgelöst sein Feindliche Aufklärung ohne Gesicht Ich bin scheiß blicken ab Steht denn geschützt? Hallo Oh macht's wieder ne Ecke drin Geht die Fuse einfach Geht die Fuse einfach Geht die Fuse aber wenn die Schütze steht Der ist klar Alter Der ist eh nicht mehr gekauft Ja die Schöne ich bin Dann geht's doch du warst nur Hitmarker Ja Wir haften die Bombe Ja ich weiß nicht noch wenn das immer so ist Werfe eine Angranate Was für eine schöne Knabe 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 Ich hab mich gerade durch erschraubt Alter Ich mach nur noch die so eine mit ne Echt jetzt warum Nach zwei Runden Ja Werfe eine Angranate Ja Ernsthaft Was Ich weiß eh wer macht jetzt Macht jetzt eh wieder da Macht er immer Ziele aufgeschaltet Und hat mal so gewartet Ja ok mag dann verabschiede dich mal Das war einfach toll Das war einfach toll Ach